Heimspielzeit gleich Pressekonferenzzeit. Nach dem Heimspiel gegen Wiesenburg begrüßen wir heute Marc Rukas zur Linken und Kai Silbock zur Rechten. Endlich gab es das erste Erfolgs-Erlebnis für unsere Traktor-Mannschaft. Marc, wie fühlt es sich an? Also erstmal einen guten Kick an die Runde. Ich war natürlich super glücklich, wir haben es wirklich, wir haben es uns verdient. Also erstmal erst ein Glückwunsch an die Mannschaft und wenn du nach zwei Spieltagen mit null Punkten ganz ganz stehst, dann ist das einfach die Euphorie, ist jetzt wieder geweckt worden und ich kann nur sagen, ich bin stolz auf uns, wir haben gut gespielt. Endlich wir uns null. Dankeschön. Kai, nun war ja unter der Woche die Personalsituation sehr angespannt. Es wurde ja auch versucht, das Spiel abzulegen, ja zu verlegen, was dann abgelähmt wurde. Was sagst du denn zur Mannschaftsleistung heute speziell in der ersten Halbzeit? Also ich denke mal, wir haben gute Sachen im Sport und haben sie auch relativ gut umgesetzt dann in der ersten Zeit, hatten auch teilweise relativ gute Chancen. Haben wir leider natürlich nicht alle genutzt, aber ich denke mal, wir sollten weiterhin an uns arbeiten, wir sollten uns ein bisschen aufs Training konzentrieren, dass wir auch vielleicht wieder ein bisschen Kondition ins Spiel bringen, dass wir da auf jeden Fall auf die nächsten Spiele ein bisschen gucken, dass wir da uns noch ein bisschen steigern. Marc, zweite Halbzeit, die entwickelt ist ja nicht zur Traktor, naja, sagen wir mal, zu Gunsten von Traktor. Frühe Gräpe, rote Karte für Manuel Jakob. Was sagst du trotzdem zur Leistung? Beschreibe uns kurz die Abläufe der zweiten Halbzeit. Also ich bin erstmal froh, dass wir, obwohl wir natürlich mit zehn Mann gespielt haben, in Sicherheit gestanden haben. Wir haben uns alle Mühe gegeben, jeder hat sich reingebissen, jeder hat gekämpft und man hat wirklich gemerkt, wir wollten heute gewinnen. Und das hat auch ein Ergebnis gesehen. Auch wenn der Gegner Wiesenburg am Ende vielleicht ein bisschen stärker wurde, wir müssen natürlich weiter hinten reinstellen, haben wir starke Konter, haben starker vorne gespielt und somit bin ich der Meinung, wir haben Nadine gewonnen. Also ich bin echt stolz auf uns. Letztlich ist Verteidigen ja immer einfacher als Angreifen. Kai, letzte Frage in die Runde. Nun haben wir ja Wiesenburg besiegt, die ja wirklich sehr gut mit sechs Punkten gestartet waren. Wir hatten ja leider, man muss es schon sagen, Fehlstart, 0 Punkte, der Trainerstuhl hat schon gewackelt. Was nehmen wir uns jetzt für nächste Woche vor? Schwieres Auswärtsspiel bei Welcome United. Auf was hoffst du, wie sind die Aussichten? Wissen Sie vielleicht schon was zur personellen Situation? Personell weiß ich jetzt nicht genau, aber ich hoffe natürlich, dass die Trainingsbeteiligung in der nächsten Woche enorm ansteigt, dass wir uns genügend auf den Gegner vorbereiten können. Welcome United, wissen wir alle, ist kein einfaches Spiel. Haben wir auf jeden Fall zu beißen, dann müssen wir auch wieder kämpfen. Wir dürfen uns jetzt nicht auf unseren Norbert ausruhen. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen einfach weiter mit uns arbeiten und ich denke mal, dann können wir da auch den ein oder anderen Punkt mit nach Hause nehmen. Wir von außen wollen es euch gönnen. Gute Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag in Potsdam. Prost! Prost! Prost!